Monaco, diese Liebeserklärung hat es in sich. Auf ihrem Instagram-Kanal hat Millionärshöchterchen Davina Geis, 20, ein Bild mit einer ganz besonderen Botschaft geteilt. Zu sehen sind die 20-Jährige und Papa Robert, 60. Das Vater-Tochter-Gespann posiert gemeinsam auf einer Terrasse. Dabei sind beide in elegantem Schwarz gekleidet. Doch während der passionierte Hobbyangler mit seinem typischen Robert-Lächeln in die Kamera grinst, hat seine Tochter nur Augen für ihn. Zu dem süßen Bild schreibt die 20-Jährige dann auch die vielsagende Nachricht, the person I look up the most. Davina Geis sorgte schon zuletzt mit Liebesbotschaft für Schlagzeilen. Dass Davina und Robert eine ganz besondere Beziehung zueinander haben, ist auch den 506.000 Followern der 20-Jährigen aufgefallen. So eine schöne Vater-Tochter-Beziehung, urteilt etwa eine Userin. Schon zuletzt hatte Davina mit einer Liebesbotschaft an ihre Eltern Schlagzeilen gemacht. Auf ihrem Instagram-Kanal präsentierte die gebürtige Mone Gasser eine neue Detovierung. Darauf zu sehen, die Zahlen 1964 und 1965. Gemeint sind damit natürlich die Geburtsjahre von Papa Robert und Mama Carmen, 58. 50. 50.